Wie ich bei der Firma Kämper angefangen habe, da habe ich fünf Tage einmal geschnuppert und danach habe ich ein Gespräch mit dem Firmenleiter gehabt und mit dem Werkstättenleiter. Die haben mich dann nochmal alles aufgeklärt. Da gab es auch eine lustige Frage vom Chef und zwar, ob ich denn nicht Schreiner bin, anstatt Tischler. Ich sagte nein, ich bin gelernter Tischler und musste damals den Chef erst aufklären, damit der Schreiner nur in Bayern ein Lehrberuf ist und bei uns in Thüringen ist es doch der Tischler und da war ich sehr erstaunt. Es bringt nichts zu feig zu sein, man darf glaube ich ganz mutig an so ein Gespräch gehen, einfach erklären wo man hin will, kann auch glaube ich sagen, ich weiß, ich bin noch nicht dort, aber dort möchte ich einmal hin und wenn ihr mich dabei unterstützt, dann werde ich alles in meiner Macht stehende tun, dorthin zu kommen. Man sollte ein gewisses technisches Verständnis mitbringen, man sollte handwerklich geschickt sein und man sollte sich vielleicht vorher kurz im Internet über die Firma informieren. Wenn man bei der Firma Kampa schnuppern will, dann sollte man einfach nicht schüchtern sein, ein bisschen Selbstbewusstes auftreten und einfach so sein wie man ist und sich nicht verstollen und dann klappt das schon.